yo leute was geht willkommen zurück bei assassin's creed 3 deswegen hier stehen geblieben und der winter ist eingezogen hier in assassin's creed 3 hier in boston hallo charles ist die frau die wir suchen aufgetaucht es heißt dass sie gerade außerhalb der stadt für aufruhr sorgt in einem dorf namens lexington dann fangen wir dort mit der suche an wir treffen uns da ja gut dann ab nach lexington ab nach lexington karte okay moment aber wir können was ist das laden laden ok moment bevor wir hatten noch so viele machen das jetzt machen wir mal die hirma müssen nicht mehr sehen können bevor wir nach lexington reisen freunde irgendwo noch die seiten nach vorne brauchen die zwei stück neben gesagt ich bin positiv überrascht vom remaster zu assassin's creed 3 wirklich krass man nie gedacht dass so krass wird der remaster zu assassin's creed 3 auch schon von der grafik her das ist der hammer wirklich So Alter, das Pferd Alter, diese Sprung, die er machen kann, das ist zu krass. Alter, aber die Grafik jetzt, wo der Schnee da ist, das ist der Hammer, man. Boah, was ist diese Musik, Alter. Das ist krass, Freunde. Gute Karte, wir gehen kurz hier den Laden und schauen kurz, bevor wir weitergehen. Das hätten wir. Tut mir leid, tut mir leid, geht mir aus dem Weg. Mal schauen, ob es irgendwie neue Waffen gibt, was da. Mann, weiß er nie, ne? Ne, rein mit dir, Heifen. Kann ich euch helfen, Sir? Was das so rausgerissen hat, ne? Wie das wäre... Die sind alle gesperrt, oh Mann. Oh Mann, das gibt es noch... Stumpe Waffen. Jo. Aha, hätte ich im Ubisoft Club. Ach, geil. Okay, ich muss dann mal schauen, ob ich das... So, sieben Tag. Ich glaube, Sequenz 6... Ah, ja. Nicht kleiner. Was auch noch nichts. Verbrauchsmaterial. Munition. Oh was, ich kann rauch... Jo. Rauchbomben. Das ist ja mal nice. Okay, normale Waffen. Ich muss noch mal zeigen. Lass ihn ihm das... Fran... Ach, leck mich. Jetzt habe ich nicht mal genug Kohle. Ich habe keinen... Sack eng nicht sein zum Verkauf. Einfach ein Bellengerät. Ich wollte verlassen. Gut, Freunde. Jetzt kurz schauen. Jetzt haben wir da die Rauchbomben. Die setzen wir hier unten hin. Aber das Pferd wird trotzdem gehen, ne? Zum Rufen. Egal. Dann müssen wir das halt so machen. Und los. Und jetzt Karte. Karte, da hätten wir... Da ist der nächste Aussitzpunkt. Ja. Die alten Zuschauer, die kennen mich. Was das angeht, wenn ich Assassin's Creed spiele. Ich muss jeden einzelnen Aussitzpunkt haben. Weil sonst... Kommt das nicht... Ah, dort. Und hoch mit dir helfen. Ja, wir werden diese Folge ein bisschen nach der Aussitz... Türme, ähm... holen. Da oben, ne? Perfekt. Halt, wie... Ey, das könnte ich mich zu weit hoch... Oh, dort, dort wäre noch ein... Oh, scheisse, Mann. Das ist egal. Ne zu tun. Der nächste Teil von Boston wird aufgedeckt. Taverne. Oh, was ist das? Ah, kurier mich zu. Wir gehen kurz in die Taverne. Mal gucken, äh... was das genau ist. Wir wollen ja alles vom Spiel sehen. Und das meiste sowieso. Das kenne ich gar nicht mit der Taverne. Oder was so genau abgeht, das weiß ich gar nicht mehr. Ah, das ist eigentlich normal, ne? Ein Spiel spielen. Ach, das... äh... Das Mühle, ne? Ne, das haben wir schon gespielt. Auf dem Schiff, äh, vor ein paar Folgen. Gut, jetzt... Jetzt gehen wir da. Dorthin. Ah nein, für was eigentlich? Hier haben wir ja ein Pferd. Sorry. Kumpel, äh... Ich hier hoch. Alter. Ja, vorab zum nächsten Ausgangspunkt. Juh, lass mich zuerst noch durch, Kumpel. Danke. Alle auf die Seite. Sonst wird die überrannt. Haha. Bevor wir dann nach, äh, Lexington gehen. Ich muss vielleicht nur noch ein bisschen schneller rennen. Ah, scheisse. Jetzt auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ich glaub es nicht. Ja, nein. Ich hab nicht gesagt, wir sollen ins Wasser helfen. Aber wir können mit Russen machen, ne? Weil wir eh hier sind. Haha. Das ist etwas geilste, wenn die fehlenden Seiten jetzt noch abgedeckt haben. weil ich weiss gar nicht ob wir überhaupt noch mal nach bosnien zurückkommen wir müssen dann nach lexington gehen das ist jetzt die frage weil ich möchte die die vielen seiten schon noch und dann die seite zu benjamin franklin bringen schauen was wir bekommen das ist das wäre schon noch nice nach was hier drüben ist auch noch ach du scheiss ok jetzt nehmen wir zuerst noch den dann gehen wir nach hier und das auch noch einen dann den dann gehen wir ganz da drüben und dann gehen richtung hier nach unten zu fuss geht es im moment wirklich schnell was da mit dem pferd wir nehmen das im pferd ja ist ja hier schon ok jetzt kurz gucken hier ist es war komm jetzt ist ob du bist du jetzt hier nicht hochkommst ach komm alter geht doch ok dann müssen wir hier bei der uhr dran geht das ja perfekt so wie ich es mir vorgestellt habe es gibt immer weiter nach oben habe ich das gefühl diese höhe das ist so krass man aber sie geil aus ja mit einem fuss genau jungen genau grudach was läuft bei dir halt scheisse hat nicht die karte hat nicht die seite hat nicht angezeigt werden ich finde ich gerade ein bisschen scheisse dass die vielen seiten nicht angezeigt werden alter du rüßt das come on das macht das packt mir alles in einer folge da auch wenn sie über eine halbe stunde geht dass das mir in dieser folge wirklich egal ich will das nicht in der nächsten jetzt habe ich mit der haustoll weitermachen handeln lol okay das ist geil unterwegs sind es ist auch so dass man nicht in den laden muss ja moin gut weiss man das ja geil hoch mit dir helfen aber wir sind gleich mit dem pferd nicht mehr weil das ein bisschen weiter weg alles sieht aus so und ein sauer aber ja geil 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 gutes so mit einem noch vier stück aber wir fangen hier oben an ja los geht freunde weiss gar gar nicht durch schmessend ob ich da durchkomme ich geh jetzt mal so lang auf die seite ah der weg ich hoffe der aufnahme das spiel nicht auch so laut so darf ich eigentlich den kopf überzeugt das könnte natürlich sein ne alte 500 boah alter lecken das ist krass moment es hört sich wieder seite an hier ja ja genau das ist eine seite wo da von fliegt komm komm her junge ja das perfekte ich bin schon weg noch eine seite freunde noch eine seite das ist das geilste wenn wir die jetzt auch noch hinkriegen die letzte seite wo ist die älter wo kärende wir rein hier ist warte warte doch da kommt man wirklich hoch was machst du alter erhalte das doch nicht ein scheiß 1 ok ich bin das gleich wo ist die letzte seite wo ist die scheiß letzte seite man ja moine hier gut nur noch eine seite wohnen soll dann hätten wir alle vier seiten hier hier und dort ist gleich der nächste aussichtspunkt aber kurz hier schauen ob da irgendwie was ist nicht gut dann gehen wir weiter jetzt zeigt sie mir auch nichts an nein gut wir haben noch drei hier 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 wie hier 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 So, das hätten wir auch, ne? Ah lol. Ja. Nice. Oh mein, ist doch vorne unten direkt so ein scheiss Heuhaus. Warum ist er rechts? Oh mein Gott. So, Freunde. Also, dann machen wir weiter. Gehen wir zum vorletzten, ne? Und hoffentlich finden wir noch die letzte Seite. Das wäre der Hammer, dass wir noch kurz überlegen können in dieser Folge. Das wäre das geilste, was passieren könnte, wirklich. Dass die Seite noch irgendwo ist. Das ist nur noch eine Seite. Das wäre jetzt der Hammer, wirklich. Oh, das sollte ich vielleicht nicht hin, ne? Hün, äh, da gefunden. Die Seite kommt noch nach vorne. Ich will die nicht nach suchen gehen jetzt. Okay, weißt du, Heuhausen. Heuhausen. Perfekt. Dann zum Letzten, ne? Äh, jetzt weg. Alter, was machst du? Was für ein Junge? Hallo? Was ist das für ein Bug? Alter, was ist jetzt das für ein Bug? Ja, lol, ey, alter, was ist jetzt das für ein Bug? Alter, 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 alter tut mir leid da noch ist der letzte ok gut das ist der letzte man er wird sagen was ist ein problem alt gut der letzte man muss sich in boston perfekt so so kommt diegrebe noch ein dieb lä 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 Komm schon! Komm schon! Hey! Sie sind auf! Sie sind... Oh, nee! Sie sind gut innen. Komm! 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 Gut! Die Karte ist komplett aufgedeckt. Nein. Hier oben wäre dann... Was? Nicht besucht? WTF? Was willst du von mir? Nicht besucht? Ah, ja! Ah! Dann wüsste ich es, Junge! Okay, jetzt... Hey, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ah, ich könnte eine schnelle Reise machen. Das ist das geil. Kann ich da auch schnell... Ah, nein! Ah, nein! Okay, wir gehen nochmal in diesen Laden. Ich weiss nicht, warum der nicht... ...besucht... ...ist... ...aber egal! Ich finde mich unterwegs noch die letzte Seite. Das wäre jetzt das Beste. Ich gehe überall durch, wo ich gar nichts sage. Sag ich jetzt! Gut, da ist nichts, ne? Ach, scheiße! Am Friedhof sind wir ja moin! Was geht jetzt da? Hallo, ich darf da ja durch. Ja moin! Ich mache mir wirklich nichts! Geil! Okay, aber... ...irgendwie... ...müsste die Seite irgendwo sein, noch. das ist vor halte mit in der letzten folge ja drin war ja moin leute ob es nicht hier hat das pferd ist klar hier ist momentan man nichts weg in der unterseiten ne nix man scheisse ich bin die letzte seite irgendwo muss sie sein alter wo kann die nur sein diese seite man die könnte überall sein überall warum in einer seite kriegt mir das jetzt nicht zustandene es ist auch mehr was ist das für ein witz ja beruhig dich scheisse mann jetzt wollte ich euch zu benjamin franklin noch aber mir fällt eine seite eine einzige ich glaube es nicht ich glaube es hackt alte man wegen einer seite es könnte mir jetzt doch nicht antun nicht sooo geil gemacht sooo geil ja ja hier 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 da koz ich ein ich habe es vielleicht eine längere folge das tut mir wirklich leid aber wir sind gleich beim laden wir können die seite vergessen Vergessen habe ich das Gefühl. Es wird doch nichts mehr an dieser Seite mit einer Seite. Ich glaube es nicht mehr. Nein, hier ist wirklich nichts. Nirgends ist eine Seite. Warum geht dieser Laden und nicht besucht? Warum eigentlich? Lass ich euch jetzt mal runternehmen. Da war ich ja vorhin in diesem Laden. Okay. Schön. Ist das genau in dem, dass der unter Nicht-Besuch geht. Nicht-Besuch. Weil wir nicht alle Seiten haben und Benjamin Frank nicht da ist. Ja, nice. Aber ich frage mich von der letzten Zeit. Ich schwöre es. Es kommt so weit, dass ich gleich off-screen jeden Winkel von Posten absuche. Ich schwöre es und das kommt noch so weit. Ich schwöre es. Okay Freunde, das war's für euch. Diese Folge, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, lass ein Abo da und sonst bis beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.